Die Liposuction im Volksmund Fettabsaugung ist eine schöne klassische Möglichkeit um überschüssige hartnäckige Fettpolster dauerhaft loszuwerden. Nach einer Operation gibt es in dem Sinne keine große Ausfallzeit. Man sollte sich ein paar Tage schonen. Es lässt sich theoretisch überall Fett absaugen, aber die Indikation dazu muss immer in einem persönlichen Beratungsgespräch gestellt werden.